Hallo und moin moin zusammen, Konstantin aka MrB back am Sonntag wie gewohnt und heute sprechen wir über eine Tragesammlung vom Flo vom Flomp89. Hier Flo nochmal, schönen Dank, dass du mitmachst, dass du mich deine Tragesammlung quasi reviewen lässt und dass wir mal drüber gucken können, was bei dir in der Sammlung aktuell fehlt. Rauf geht's! Wie schon erwähnt geht es um Flo's Sammlung, Link zu seinem Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung. Lieber Flo, dann lass uns doch mal teilhaben hier an deinen Gedanken und an das, was du vom heutigen Video erwartest. Auf geht's! Hallo Konsti und Hallen, liebe Zuschauer von Konsti. Konsti, wir hatten einige Male drüber geredet, jetzt ist es soweit. Du bewertest oder beurteilst meine Trageuhren. Ich bin gespannt, was du sagst. Es sind Uhren, die ich häufig trage, die ich nicht viel im Schrank liegen habe, die wirklich oft am Handgelenk sind und ich freue mich jetzt darauf, deine Meinung dazu zu hören. Was hältst du davon? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so? Was sind vielleicht sinnvolle Ergänzungen? Und was sagen deine Zuschauer zu der ganzen Sache? Ich bin gespannt, freue mich auf das Video. Bedanke mich jetzt auch nochmal, dass ich dabei sein darf und meine Uhren sozusagen ein Teil deiner Serie sind, die sich mit den Sammlungen verschiedener Zuschauer befasst. Ja, und ich sage mal, bis zum nächsten Mal jetzt wünsche ich euch und mir viel Spaß beim Anschauen von Konstis Video. Ciao! Dann lasst uns doch erstmal über die erste Uhr sprechen von Flo. Das ist eine alte Bekannte, das ist die Dayjust 2. Dayjust 2 bedeutet etwas grober von der Lunette, nicht grober, aber etwas größer die Lunette. Von den Proportionen war das immer so ein, ja, ich sage mal, zwiegespaltene Diskussion bei vielen Besitzern, bei vielen Rolex-Siebhabern. Trotzdem finde ich es cool, Flo, dass du die in der Sammlung hast. Das ist eine richtig geniale Uhr, hat ein bisschen Bling, das Oisterwand mit polierten Mittelgliedern, die Lunette aus Weißgold, das helle Zifferblatt. Das ist ein toller Daily Rock, 100 Meter Wasserdichtigkeit, verschraubte Krone, da geht nicht viel mehr. Und ich denke mal, es ist eine richtig coole Uhr, die man toll rocken kann, jeden Tag nutzen kann. Sehr vielseitig, sportlich elegant, aber auf der eleganteren Seite ein bisschen Blingfaktor dabei, genauso muss es sein. Also die Uhr gefällt mir wirklich, wirklich gut und die kann sich sehen lassen. Ja, die Hublot Classic Fusion, die finde ich wirklich schön. Es ist eine Hublot, eine klassische Hublot, eine nicht so schreiende Hublot wie so manche Big Bang und das mag ich. Sie hat ein sehr minimalistisches Design, ein sehr schönes Gehäuse, die Proportionen passen und ich finde, neben einer Dressuhr sollte man natürlich auch eine sportlichere Uhr in der Sammlung haben. Ich finde, gerade die Classic Fusion ergänzt sich hervorragend mit der Dayjust, hat so ein bisschen den Wildcard-Charakter. Es ist eine Hublot, das heißt, das Design wird ein bisschen immer diskutiert, hat was Genta-eskes. Ich mag die Schrauben, was für viele ein Problem ist, da sie nicht ausgerichtet sind, was aber wiederum den Charme ausmacht, weil sie wirklich dazu dienen, das Ganze zusammenzuschrauben und nicht wie bei AP einfach erst mal optisch schön aussehen. Also von daher, die Hublot als solches, die Hublot Classic Fusion Chrono, ein bisschen mehr los auf dem Blatt, eine schöne Komplikation, denn Chronographen braucht man doch immer in der Sammlung. Und eine sehr coole Uhr auch als Trageuhr am Lederband, am Kautschukband und an allen anderen Bändern. Eine richtig schöne Uhr neben der Dayjust und eine tolle Uhr als Trageuhr, die man wirklich gut tragen und kombinieren kann. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Exoten in der Sammlung und das ist Flo's neue Chorokov. Schwarzes PVD-Gehäuse, in der Mitte ein Blick aufs Werk, die Zeige ein bisschen anders gestaltet. Chorokov macht es wirklich oder bietet in der Regel interessante Alternativen. Ich nehme ein bisschen ab von dem Standard, was ich positiv finde und neben einer Dayjust, klassisch sportlich, Dressuhr, einer Hublot, klassischer Chronograph, aber mit dem gewissen Etwas passt die Chorokov eigentlich perfekt rein. Ich finde sie auf den ersten Blick nicht so toll, auf den zweiten Blick aber spannend. Also die Uhr braucht so ein bisschen, um eine heranzukommen, aber ich finde, das passt. Das passt wirklich gut und das passt auch gut zusammen und das ist insgesamt eine schöne Basis und ich würde sagen, bis dahin erstmal ein schönes Trio. Jetzt würde ich aber mal schauen, was wir machen können, was wir ergänzen können, um diese Tragesammlung zu erweitern. Tja, wer den Flo kennt und wer ihn auf Instagram verfolgt, weiß natürlich, dass er auch noch eine GMT Master hat, aber nichtsdestotrotz, so als Danny Rocker suchen wir jetzt noch eine schöne Ergänzung zu diesen Dreien und das ist spannend. Was haben wir denn bis jetzt? Wir haben bis jetzt eine Dressuhr, wir haben einen Chronographen, wir haben so ein bisschen diesen Exoten, würde ich sagen, in der Sammlung. Eine Chelydra ist auch beim Flo in der Sammlung, aber die Chelydra, ja, es ist eine Taucheruhr, aber irgendwie eine dressige Taucheruhr und das ist das, wo ich jetzt ansetzen möchte. Das ist nämlich das Thema klassische Taucheruhr. Aber eben auch was Besonderes und ich denke mal, einfach weil es diese Reihenfolge Diver, Dresser, Krono, Exot ist, würde ich sagen, Saiko. Hier vielleicht die grüne Saiko Sumo, die mir sehr gut gefällt. Vielleicht aber auch eine Babymarine Master, die würde ich sehr gut da sehen. Da gibt es entweder die Pepsi, die Party Edition von der Babymarine Master bei MM200 oder aber eine komplett schwarze. Finde ich das gut für Floßsammlungen? Ne, ich glaube die schwarze nicht, weil die Chorokop ist halt schon schwarz. Was könnte man noch überlegen? Rolex? Nein. Rolex Submariner, das wäre zu einfach. Blancpain Fifty Fathoms ist immer wieder eine Uhr, die ich gerne nehme. Aber auch hier würde ich sagen, für die Sammlung Viroles könnte passen. Vom Blatt her auf jeden Fall was Blaues oder was Helleres, was Weißes. Es gibt nach wie vor die Omega Seamaster, hier dann aber mit schwarzer Lünette und mit weißem Blatt. Die finde ich grandios, die finde ich richtig cool. Das wäre so eine Uhr, die ich sehen würde. Ansonsten an Diveren könnte ich mir noch vorstellen, eine Oris. Eine Oris Save the Ocean mit türkiser Lünette, einem wunderschönen Sonnenschiffblatt. Ich glaube, das wäre der Diver, den ich da sehen würde. Der bringt ein bisschen Farbe rein. Oris ist eine sehr anerkannte Marke. Es ist ein toller Rocker, den man wirklich jeden Tag tragen kann. Anders als das, was man sonst so sieht, gliedert sich, denke ich mal, sehr gut ein. Zwischen der Chorokov, zwischen der Datejust und zwischen der Hublot. Und ich würde sagen, das rundet das Ganze ab. So haben wir einen Tupfen Farbe, so haben wir schwarz, so haben wir ein bisschen Bling. So haben wir den klassischen Krono. Und ich denke mal, das könnte sein. Also, lieber Florian, das ist meine Wahl, das ist meine Ergänzung zu deiner Trageuhren-Sammlung. Die Oris Save the Ocean. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Jetzt seid natürlich auch ihr gefragt, ihr Lieben. Ich habe die Tragesammlung vom Florian vorgestellt. Die Oris ist meine Uhr, die ich dazu ergänzen würde. Die mir wirklich gut erfährt. Ein cooler Ticker meiner Meinung nach. Und man tut noch was Gutes dabei. Aber, wie sieht es bei euch aus? Schreibt es fleißig unten in die Kommentare. Wütet darum. Sagt mir und dem Flo, was ihr ergänzen würdet zu dieser Sammlung. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt drauf, was ihr da ergänzen würdet. Des Weiteren wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen richtig schönen Sonntagmittag. Einen guten Start in die neue Woche. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage Goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.